Aber, wenigstens hier vorne, wenn er in den Blick für ihn kneigt, dann sollte ihm das auch gelingen. Ich sagte, man beobachte das. Brauchen Sie mal, meine Damen und Herren! Beifahren für die Linke! Und wenn Ihnen das auch gelingt, bis zum Ende nach Null zu fahren, gehen jetzt los, das kommt noch, kommt noch. Die Musik wieder an. Das ist wirklich Geschick, das ist wirklich Geschick, das ist Talent. Wieder Tanz in den Himmel. Dann tanzen. Auf und ab. In Dahlendorf war das Rekord, 50 Meter auf einer Absicht zu fahren. Wenn er das jetzt noch bis in die Polenmarke bringt, dann schafft er den Rekord wieder. Wer die Linke, Standpool auf zwei Rädern. Sensationell. Das wird in die Medien gehen. Das geht um die Welt, das Video. Wer die Linke von Agrar mit Team Heinz Köper auf zwei Rädern ins Ziel. Mit Fendt 930. Sensationell. Sensationell.